Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Und ja, wir werden heute hier ein bisschen die Wege machen, das hatte ich mir vorgenommen und das machen wir auch heute. Außerdem ein bisschen Pläne für die Zukunft schmieden und einfach mal schauen, wie wir hier weitermachen. Denn wir haben eigentlich noch so viel zu tun. Und mir ist mittlerweile erst klar geworden, wie komplex das Spiel eigentlich geworden ist oder wie groß besser gesagt. Und da hat man wirklich eine Menge zu tun. Also wirklich eine ganze Menge. Die, die schon eine Zeit lang Minecraft spielen, die wissen das wahrscheinlich auch, dass man einfach verdammt viel zu tun hat. Und mir fällt gerade auf, dass ich irgendwie keine Diamantspitzhacke mehr habe. Habe ich die verloren? Oder habe ich die verbraucht? Ich glaube, ich habe die verbraucht, ne? Ich glaube schon. Wir brauchen mal wieder eine. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher. Deswegen. Ist auch egal. So arm dran sind wir jetzt nicht. Bin auch wieder ein bisschen zugemüllt, muss ich sagen. Aber egal. Das kriegen wir schon hin alles hier. So. Dann würde ich sagen, wir fangen erstmal hier vorne an. Ich habe hier übrigens ein paar Kisten hingestellt, damit das für mich ein bisschen einfacher wird. Und übrigens seht ihr, haben wir jetzt hier diese verbundenen Texturen. Die haben wir... Oh. Ja gut. Meine Katze ist gerade wieder unglücklich, weil ich mich gerade wieder nicht mit ihr beschäftige, sondern mit anderen Dingen. Also hier sehe ich schon ganz klar einen Weg. Das habe ich ungewollt gut gemacht hier. Ich könnte natürlich jetzt sagen, ja, das war alles geplant und so, aber nicht wirklich. Das war es nicht wirklich. Und ja, jetzt müssen wir mal eben sehen, wie wir das hier am besten machen. Wir haben ja einen zweier Weg nach vorne. Na, ich würde sagen, ja, das ist okay. Das ist okay. Wobei ich sagen würde, hm. Ja, die Frage ist halt, wie groß möchte man denn den Weg hier machen? Möchte man zwei oder ein, weil hier ist halt nur eine Tür. Das würde vielleicht ein bisschen weird aussehen. Aber egal, wir machen das erstmal so. Bleiben wir erstmal hier dem Ganzen treu. Allerdings sollte ich mal eben kurz schauen, dass wir eben ins Bett kommen hier. Und ja, es gibt, wie gesagt, verdammt viele Inhalte. Es gibt Unterwasserzeug. Es gibt noch so viele Minen. Es gibt den Never. Und der Never ist auch komplexer geworden. Und es gibt einfach verdammt viele Sachen zu tun. Und diese Sachen möchte ich nach und nach auch gerne angehen. Aber natürlich muss ich dann auch erstmal gucken. Wobei, nehmen wir mal die Brötchen. Wir könnten natürlich theoretisch hier auch so eine automatische Farm draus machen. Aber das finde ich eigentlich nicht unbedingt notwendig. Ich habe zwar jetzt mittlerweile so ein bisschen Erfahrung in Redstone und weiß auch schon so ein paar Sachen. Natürlich nicht alle. Das möchte ich mir nicht alles. Das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Aber ja, schon ein bisschen was. Momentan mache ich auch sehr viele Guides. Einfach, damit ich euch auch ein bisschen was von meinem Wissen abgeben kann, was ich so gesammelt habe. Und ich würde sagen, das hier sieht ganz gut aus, wenn wir hier so einen Weg da lang machen. Das sieht eigentlich ganz gut aus, finde ich. So, und jetzt können wir schon mal überlegen, was wäre noch sinnvoll, hier hinzubauen. Wir haben jetzt eine Weizenfarm hier. Wir haben jetzt eine Bienenfarm. Und die finde ich ehrlich gesagt ziemlich cool. Die macht mir auch ziemlich viel Spaß. Beziehungsweise finde ich die einfach verdammt cool. Und hier vorne habe ich auch die Glasflaschen drin. Jetzt kann ich ganz einfach hier nämlich Honig holen. Das ist verdammt cool. Ja, wir können natürlich auch hier alles voll machen. Das geht natürlich auch. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass es irgendwann leckt. Also hier würde ich gerne noch einen machen. Da würde ich dann auch gerne die Scheren mal eben nehmen. So. Aber für den Rest würde ich sagen, dann nehmen wir einfach den Honig. Und ehrlich gesagt geht das auch ziemlich gut hier. Also ich finde es eigentlich gar nicht schlimm, so eine manuelle hier zu machen. So eine manuelle Farm. Ich finde das eigentlich sehr charmant, muss ich sagen. Deswegen habe ich es auch vorgestellt, weil ich das wie gesagt sehr, sehr charmant finde. Und das gefällt mir einfach. Ja, meine Lieben. Für euch habe ich auch noch eine Idee, aber da brauchen wir dann erstmal Schleim für. Also ich mache jetzt keine kranken Dogo-Experimente oder so. Keine Sorge. Aber ich habe da so ein bisschen mir was überlegt. Übrigens hier können wir mal die Spitzhacke reinmachen. Die brauche ich nämlich sonst nicht. So, außerdem brauchen wir mal mehr Blumen. Mehr Blümchen hier. Ich muss mal ein bisschen wieder verpaaren. Das müssen wir auch mal wieder machen. Wobei ich würde sagen, dass wir vielleicht mal langsam in die Wüste gehen. Die Wüste so ein bisschen erkunden. Und da bereiten wir uns mal drauf vor. Deswegen lassen wir die einfach mal ihr Ding machen. Ich meine, so wichtig ist es jetzt nicht. Also da machen wir noch einen hin. Ja, die machen ihr Ding. Die chillen hier ihre Nuggets. Und das ist schon mal ganz gut. So, das packen wir hier alles wieder rein. Jetzt muss ich mal eben kurz ein bisschen aufräumen, weil, naja, ihr kennt mich. Ich brauche ein sauberes Inventar. Und damit wir jetzt auf Abenteuer losgehen können, ist auf jeden Fall ein sauberes Inventar nicht verkehrt. Die ganze Scheiß los werden die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Ein weißes Bett. Ja, doch, das Bett brauchen wir. Werkbank dabei zu haben ist auch nicht verkehrt. Okay, ich würde sagen, den Kram, den wir jetzt da drin haben, den können wir auch oben abgeben. Durch den ganzen Kisten da. Ich hätte am liebsten so einen Itemsorter. Aber ein Itemsorter ist relativ anspruchsvoll zu bauen. Das heißt, anspruchsvoll, aber ist auch nicht so einfach, finde ich. Gut, essenstechnisch würde ich sagen, dass wir uns hier ein bisschen was mitnehmen. Also schon, dass wir wirklich gut versorgt sind. Wenn ihr meine Katze im Hintergrund hört, die ist wieder am Nörgeln. Aus unerfindlichen Gründen. Das kann die einfach verdammt gut. So, jetzt haben wir hier eigentlich nur noch Werkzeug. Na ja, und ein paar Kleinigkeiten. Gut, das kann man eigentlich mitnehmen. Das kann man gleich verarbeiten. Wir brauchen definitiv noch ein bisschen Holz. Und das reicht. Das reicht locker. Wobei das hier reicht auch. So, jetzt sind wir eigentlich so gut wie fertig, würde ich sagen. Wir haben eine Truhe noch dabei. Bruchsteine. Die Bruchsteine brauchen wir jetzt eigentlich auch gerade nicht. Den Pfeil packen wir weg. Nein, den Dirt schmeißen wir einfach weg. Easy. So, dann würde ich sagen, sind wir fertig. Wir können loslegen. Ja, wir können die Dogos eigentlich mitnehmen. Ein Dogo. Aber ich habe eigentlich Angst, dass die abkratzen. Und ich möchte später noch was Schönes für die bauen. Und ja, den Dirt weg damit. Ansonsten haben wir hier noch den Kompass. Der zeigt immer zu unserem Spawnpoint. Seht ihr das? Nee, zeigt er nicht. Quatsch. Ja, doch. Irgendwie. Das ist ja weird. Egal. Rot erscheint. Ja, das zeigt er schon so in die Richtung. Aber ich weiß nicht, ob das auf dem Spawnpoint zeigt. Egal. Auf jeden Fall gehen wir heute in die Wüste. Habe ich mir überlegt, dass wir mal wieder so ein bisschen Abenteuer erleben. Deswegen auch hier jetzt die Diamantspitzhacke. Ich weiß übrigens nicht, was mit meiner anderen passiert ist, wie gesagt. Ich habe die wahrscheinlich entweder irgendwo reingepackt oder aus Versehen mal weggeschmissen. Oder verbraucht. Das könnte auch so gut sein. Aber ich glaube, ich hatte eine Frische. Nee, ist jetzt wie gesagt auch nicht so schlimm. Und hier haben wir die Wüste. In der Wüste können wir auch einige Sachen finden. Vor allem den Tod, wenn wir kein Bett haben. Hier sind auch Karnickel. Vielleicht mal einen Bogen mitnehmen können. Und ja, hinterher ist man immer schlauer. So, hier haben wir jetzt schön... ...ein Enderman. Was macht ein Enderman hier? Ich glaube, der will auf die Fresse. Wir kommen her. Oh ja, da. Oh, ich finde die so gruselig. Ohne Witz. Okay, der hat mir die Fresse poliert. Ich dachte, okay, ich kann den mal eben kurz killen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er so viel Damage macht. Oh, 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 oh. Einfach mal auf die Fresse bekommt. Aber die sind auch gruselig, ey. Guckt euch die mal an, ey. Das ist richtig übel. Und hier geht so ein Höhlensystem durch Da könnten wir eigentlich auch mal reingehen irgendwann Ja, die Sachen finde ich jetzt hoffentlich wieder Weil da ist eine Diamantspitzhacke dabei Und also eine zu verlieren Ist ja okay, aber jetzt noch eine Nö, ey Nö Naja, Übermut Tut selten gut, ne Und da war ich definitiv Ziemlich übermütig Ich würde es aber wieder tun So, wo waren wir Jetzt gerade Genau, hier habe ich irgendwo Den Enderman gesehen Da vorne, da hat er seine Sachen auch abgelegt Ja, aber die ganzen Sachen sind auch da, das ist gut Der Enderman Nein, die feige Sau ist natürlich weg Wenn ich dich erwische Okay Okay Meine Sachen sind Etwas kaputt Vielleicht hätte ich Maybe, maybe So ein bisschen was reparieren sollen Beziehungsweise mir da was anderes holen Mitnehmen sollen Allgemein mal ersetzen Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich mal machen möchte Und zwar die Fische, die ich mal mitnehme Mehr so einen Teich machen Okay, also hier ist so der erste Anfang von der Höhle Jetzt haben wir noch mehr in der Nähe Da vorne ist so ein bisschen Berg Das ist gut Na ja, wird auch schon wieder dunkel Ich musste mich gerade räuspern Tut mir leid Verdammte Axte, ich habe nicht damit gerechnet, wie gesagt, dass der Enderman so stark ist Da muss ich mir etwas überlegen für die Und wir müssen mal kurz gucken, dass wir hier irgendwo in eine Höhle kommen Weil das ist keine richtige Höhle hier Das ist einfach so ein Weg nach oben Was ist das? Wohin habe ich hier Knochenmehl? Wahrscheinlich, weil der mir eben ein paar Knochen gebrochen hat Keine Ahnung Auf jeden Fall sieht das hier sehr interessant aus, muss ich sagen Da machen wir ein Screenshot von Aber was ist das hier? Ich habe das Gefühl, dass da eventuell ein Höhlen-System sein könnte Also hier auf jeden Fall Scheint nichts zu sein Und wieder bei den Änderern Oh, ein Dörfchen, das ist ja schön Wenn wir jetzt noch eine Karte hätten, dann wäre ich glücklich Aber Ja Oh Hier haben wir eine Höhle, sehr schön Dann können wir uns hier gleich ein Lager einrichten Aber erstmal möchte ich da vorne Nee, das ist doch gar keine Ist doch kein Dorf, oder? Ist irgendwas anderes Wobei ich sollte vielleicht keine rohen Fische essen Können wir erstmal da reingucken Eventuell werde ich ja nicht vergewaltigt Im übertragenen und wie wörtlichen Sinne Was ist das hier? Was bist du da in der Mitte? Nein 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 Ich finde da nie wieder zurück Ich finde Ohne Witz Ich finde da nie wieder zurück Nie wieder Wisst ihr, wie lange es gedauert hat, da hinzukommen? Ey, ich finde da nie wieder zurück Das ist mein erstes Haus hier Ich habe richtig lange gebraucht, da hinzukommen Scheiße Leute, mein gesamter Fortschritt ist im Arsch Wow Ich habe alles verloren Ich habe alles verloren Das ist mein erstes Häuschen, was ich am Anfang des LPs gemacht habe Das war Wow Wow Ey, sorry Leute, ich bin gerade so geflasht, ne? Ich meine, ich ärgere mich ein bisschen Aber irgendwie finde ich es auch cool Und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären Sonst haltet ihr mich für geisteskrank Werdet ihr eventuell so schon Aber Ich finde es einfach cool Dass das Spiel mich jetzt zwingt Durch meine eigene Dummheit Dass ich mir nochmal neu alles bauen muss Dass ich mir neue Gedanken machen muss Und Das finde ich eigentlich ziemlich cool Allerdings würde ich auch irgendwo gerne Diese Diesen Punkt gerne nutzen Um die Welt mit kleineren Biomen zu machen Weil wir haben jetzt eh alles verloren Wir müssten jetzt eh von Anfang an anfangen Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das wiederfinden Das ist 0,0000000 Ich finde das nie wieder Ich verspreche es euch Das ist irgendwo in Bagdad Deswegen würde ich sagen Ja, betrachten wir das als meinen offiziellen Tod in der ersten Welt Der aus purer Dummheit entstanden ist Und den ich auch nicht rauscutten werde Sondern ich stehe dazu Und Es ist wie gesagt Ein guter Moment Vielleicht den ein oder anderen Mod reinzunehmen Und Vielleicht Auch eine neue Welt zu machen Und das mit Dem kleineren Biomen Also normalen Biomen Weil ich habe ja vorher Sie sehen ja selbst Der Hase macht sich über mich lustig Mit kleineren Biomen Weil Ich ehrlich gesagt Das Problem hatte Deswegen finden wir es auch nicht wieder Weil ich wirklich Ungelogen eine halbe Stunde Mich bewegen musste Also fliegen Mit Vollspeed Anders ging es nicht Ich habe Vorher habe ich die ganze Zeit noch mit dem Boot Da kam immer Strand Strand Wüste Wüste Strand Und Es war immer die gleiche Scheiße Musste ich irgendwann wirklich fliegen Damit ich irgendwo anders hinkomme Anders ging es nicht Und ja Meine Lieben Das ist das Ende Meiner Ersten Welt Und ehrlich gesagt Hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht Ich bin überhaupt nicht demotiviert Also ihr Die nächste Folge Kommt auf jeden Fall Im Gegenteil Ich finde es Ich finde es schön Ich wollte die Welt eigentlich weitermachen Aber jetzt hat man mich gezwungen Sage ich mal Aufzuhören Beziehungsweise hat man die Option zu geben Zu entscheiden Ob ich jetzt die Welt hier weitermachen möchte Oder nicht Und ja Ich freue mich schon drauf Ich hoffe ihr freut euch auch drauf Und Dann werden wir uns auf jeden Fall In der nächsten Folge wiedersehen Und ich hoffe Ja Ihr hattet genauso viel Spaß In dieser Welt wie ich Die nächste Welt wird sicherlich genauso spannend Und genauso lustig Aber Ey Damit muss ich gleich erstmal klarkommen Wow Heftig Das ist wirklich Das hätte ich nicht erwartet Ich hätte auch diese Sprengung Dann nicht erwartet Ich habe wo ich drauf Gefallen bin Und dann dieses Gehört habe Da war es schon vorbei Bei mir im Moment Da wusste ich schon was kommt Aber Ja War auf jeden Fall schön Und war Ja Eine sehr schöne erste Welt Fürs LP Wir sehen uns In der nächsten Folge Und in der neuen Welt wieder Und dann auf ein neues Und ich bin gespannt Was das für eine Welt sein wird Und was wir da so finden werden Und ja Ich wünsche euch was Bis denne Und Däumchen nicht vergessen Wenn es gefallen hat Tschüdelüüüüüüüü.